Musik Hey Leute, was geht? Es ist gerade keine Ahnung wie viel los ist. Also lasst uns zocken, wir machen wieder weiter mit Minecraft. Mit dem lieben Lukas. Hallo. Er ist auch ganz lieb. Nö. Doch. Wenn ich das sage, dann bist du das. Okay. So. Nein, oh jetzt, pfff, jetzt mache ich hier beide Treppen falsch. So, so, so. Mann, das ist so blöd mit den Stones und sowas. Ah. Zum Glück kann ich ja den Seiten des Souls jetzt abbauen. Weil sonst könnte ich jetzt gar nicht weitermachen mit meinem Haus. Und das wäre irgendwie schlecht. Äh. Doch. Nein. Warum habe ich den Spanning runtergebaut, habe ich runtergefallen. Hier lasse ich das noch ein bisschen so. Aber hier kann ich ja was bauen. Weil hier das brauchen wir nicht mehr. Und jetzt kann ich runter springen. Oder überlebe ich das? Ich esse noch kurz was. Ich will mein Leben direkt wieder regenerieren. So, 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 so. Steine abbauen macht keinen Spaß. Doch, das macht total Spaß. Ich will einfach mal Spaß machen. Ich will einfach mal Spaß machen. Wir werden auch mal in der nächsten Zeit, glaube ich, ein Zombie-Dings-Teil machen. Also Monsterfalle, ne? Hä? Monsterfalle. Black Ops 2? Nein, Monsterfalle. Ah, du meinst das? Ah. Okay, ich dachte gerade, so eine Monsterfalle geht ja auch. Ja. Nein, ja, auf jeden Fall. Irgendwie müssen wir auch eine Monsterfalle machen für EP und sowas. Naja. Aber demnächst werden wir auch wieder mal Zombies zocken. Also Zombies abschlachten. Der ist küssen. Weil in der... Weil gestern... Nein, das war letzt... Freit... Donnerstag, ne? Was? Kam das DLC raus, ne? Ja, ja. Donnerstag. Weil Donnerstag kam das Last DLC für Black Ops. Das war raus. Ist zwar ein bisschen spät für das Ding, aber naja, was soll's. Auch ein schwules DLC, muss ich euch sagen. Ja, die Multiplayer-Maps, die sind einfach... Die haben gesagt, die werden richtig Bombe. Und haben gesagt, die werden wieder eine Map von Black Ops 1 mit drauf machen. Aber das haben sie eigentlich gar nicht gemacht, weil es alles alt ist. Also neu gemacht worden, aber keine alten übernommen worden. Das ist einfach eine Kacke. Obwohl sie es noch gesagt haben, die werden das übernehmen. Das ist... Hast du heulst? Ähm... Oh, jetzt hab ich keinen Hals für dich. What the fuck? Zombie! Hab ich... Ja, ich hab dir manche gehört. Ich auch, aber eigentlich benutze ich nie. Cool, ich hab grad Punkte bekommen. Ja, ich nicht. Ich schon. Cool, ich hab mich getötet und krieg keine Punkte, aber du... Äh, ach, aber ich... Nein! Da war ganz, was wieder was falsch war, war wieder so ein Dreher drin. Ey! Das Skelett schießt mich einfach ab. Ich geh da mal gar nicht. Aber ich hab... Ne, ich hab zwei Knochen gekriegt. Schießt mich einfach so, doch. Knall hat das Skelett, aber das geht ja mal gar nicht. Oh, Apfel. Der nächste müsste wir auch Tiere zu uns locken, ne? Haben wir. Ja, mehr. Meinte ich jetzt Schweine und so, nicht nur Hühner. Ähm... Hühner? Äh, warum ein Dings? Ja, für... Äh, Steaks. Wir machen... Wir brauchen auch irgendwie eine neue Truhe für Zuckerrohr, weil unsere Zuckerrohr-Truhe ist deswegen mir fast voll. Ich weiß doch nicht mal, wo die ist. Ja, ne... Neun Dings. Wo auch Samen und so ist. Ach, da. Ja, können wir... Wir können auch eine externe Zuckerrohr machen. Da können wir dann auch... So aus noch Sachen brauchen, wie zum Beispiel... Äh, Bücherregale könnte ich auch noch gebrauchen. Wo hast du das Weizen denn getan? Das Weizen ist eigentlich bei Essen und so. Müsse oder bei... Bei den Samen oder so. Bei den Samen ist es nicht. Aber egal, ich tue's jetzt einfach da rein. Vielleicht hast du zuletzt Brot oder so gemacht? Ja, Brot. Ah, ja, genau. Ich hab Brot gemacht. Ja, dann deswegen. Ich bin ja Vegetariker in Minecraft, ne? Oha, ich denke, so da ist ein Zombie mit Rüstung, obwohl es du es warst. Ja, ein Zombie kann ein Holz abbauen. Und hat eine Enchanted Rüstung. Das hab ich ja nicht gesehen. Ja, ein Zombie, ich bin ja schlafen. Vor allem auf meinem Server. Ja, ich war heute wieder mal drauf. Oha. Was, oha? Was, auf deinem Server? Ja, ja. Ich war auf meinem Server mal wieder drauf. Zurzeit kommen ja wieder voll viele neue. Nur das andere ist, die verstehen's nicht. Die müssen bei dem Quiz lesen. Ja. Deswegen schreiben die meisten Leute dann unter den Kommentaren. Oh, wie heißt das Pw für den Server, damit ich spielen kann? Dabei haben wir gar keinen Pw. Die müssen einfach nur das Quiz machen und lesen. Hast du noch Fackeln? Fackeln? Ja, sechstens Stück, aber davon kann ich dir acht geben. Oh, fuck. Da warte ich mal mit kurz, ey, ich will selber Fackeln. Hat sich letztens auch wieder jemand darüber aufgeregt, weil er das nicht hinkriegt und das ein Scheiß-Server wäre. Selbst ich hab das geschafft. Es schafft man sogar. Letztens der Mentor-LP, auch ein berühmter Let's Player von Minecraft und so, war auch im Server, hat es geschafft, ohne zu lesen. Weil die Regeln sind generell bei jedem Server gleich. Ihr könnt jetzt auch, das war jetzt mit Fremdwerbung, könnt ihr auch mal in YouTube einfach gucken, auf der Mentor-LP. Brauchst du nicht Fackeln? Äh, ich hab nochmal selber Fackeln gemacht. Ah, okay. Aber du kannst mal kurz kommen und gucken, wie das jetzt schon aussieht. So werde ich es auch weitermachen, die Podcast. Aua. So, geht doch eigentlich. 1, 2, 3, 4, 5. Ich laufe und laufe. 1, 2, 3, 4, 5. Da ist ein Enderman. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt ist er weg, der hat einen Dirt-Block in der Hand gehabt, also Gras-Block und ist weg. 1, 2, 3, 4, 5. Der ist knallert, der Typ. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Soll ich mit vielleicht Newton? Nein, warum? Irgendwann, dass es vielleicht auf die Eier geht. Ist doch egal. Oder ist es einfach ohne. Warum stehen die Hühner immer in der Ecke? Verstehe ich nicht. Ecken sind schön, Ecken sind praktisch. Ecken sind nicht rund. Ne? Doch. Was? Äpfel! I like turtles. I like turtles. Nee, die mag nur ich. Ah. Ah ja, und so wie es aussieht, zögert sich das immer weiter hinaus mit dem Dall-Cabo-San. Laptop. Ist jetzt immer noch nicht fertig. Wie lange hat er den letztendlich? Das ist einfach. Einfach. Es geht nicht mehr. Ist so schlimm mit dem. Er postet Videos, Fotos in Facebook, wo sein Zimmer nicht aufgeräumt ist. Ja, das ist knallert einfach so. Prostet der Bilder, wo sein Zimmer nicht aufgeräumt ist. Das geht nicht. Und in deinen Kommentaren schreibt er jetzt mal seine Schwester. Naja, nur weil er selber sein Zimmer nicht aufräumt. Naja. Das ist echt schlimm, der Junge. Ich kann es nicht verstehen. Ja, wie man einfach so tief hochschwimmen muss. Ja. Auch noch seine Schwester zu beschuldigen, dass sie das... Die Arme. Sie hat mit mir ge-Live-Streams. Das ist jetzt mal. Ja. Ich bin jetzt auch ein Schluss, ich kann das tun lassen. Das ist sehr... Aber nur Cobblestone. Nein. Ich brauche... Ja, in den Dings, aber das brauche ich wirklich selber für diese Schwule... Dings. Dann gucke ich mal, ob ich jetzt einfach kurz in die Höhle gehe und Cobblestone abbaue. Und dann werde ich vielleicht jetzt noch in diesem Part doch damit fertig, diese Brücke zu bauen. Ja, schon. Wir haben gerade mal neun Minuten, das geht doch klar. Ich könnte vielleicht auch noch anfangen, das Dingshaus zu machen. Man alles drin pratelt. Halt, wenn man irgendwie Sticks machen will, dann habe ich keinen Bock, das irgendwie ganz halt im Haus zu machen. Da kann man wenigstens alles mit ganz vielen Rufen machen. Ja. Da habe ich letztens schon mal in so einem letzten Play gesehen, dass wir jetzt so richtig viele Rufen machen. Ich glaube, die hatten schon über neun Stück da nebeneinander stehen. Ach, hier war die Dings. Ich habe gerade die Höhle gesucht von uns. Geh lang. Ja, ja, geh in den rechten Raum, also. Wo bist du jetzt? An unseren Haus links? Ja, hier unten an den ganzen, äh, bei dem... Ich zeige dir gleich, wo du... Warte mal kurz, ich bin gekommen sofort. Ja, und schon, warte. Hier bin ich. Komm jetzt. Ja, warte ich kurz. Ja, ich bin jetzt kurz am Farmhaus angefangen. Tänk. Ja, können wir... Können wir auch noch, ähm, irgendwie hier was sichtbar machen, mit wem hier wissen, wo die... unsere Höhle mal ist. Nein! Wo bist du? Ich bin hier in der Höhle. Das ist die Falsche, wenn ich sage. Ja, du bist gerade in der Falsche. Ich bin hinten mit dem Eingang, den wir schon einfach angemacht haben. Ja, das sehe ich. Aber die eine Höhle, wo ich drin war, gibt es... Komm mal mit, komm mal mit. Okay. Ja, das ist eigentlich das, du hast unsere Standards-Höhle. Die haben wir schon einfach angehabt. Ja, nee, die ist von Alex. Ja, ja, ich weiß. Da sind wir aber einfach anderen gewesen. Ja, und hier habe ich extra einen separaten Raum gebaut. Ah, okay. Und den wollte ich eigentlich schon noch durchbauen. Ah, okay. Ich könnte auch so einen schönen Keller machen, so richtig groß. Ja, nee, ich meine ja, ich brauche ja ganz falsch. Ah, nee. Ja, ich habe die falsche, ich kann ganz normal Steine mit abbauen. Nein, das ist meine. Die wieder her. Wie? Mal guck, hier, warte, ich nehme mal die andere. Jetzt brauche ich nicht mal Steine ab, hier. LOL. Ist der Glück drauf, oder was? Da ist effizient drauf, glaube ich, oder so. Ich weiß nicht, was das war. Also, das Haltbarkeit, Glück, Effizient und Behutsamkeit. Ja, okay, dann mach du weiter. Das ist voll entschartet, Alter. Ja, nicht voll, aber schon richtig nice. Und auf so'n Eisen-Ding. Ja, ja. Und das ist... Deswegen will... Ich will die nicht immer benutzen, das ist das. Weil ich will die nicht verlieren. Doch. Das war... Das war voll Glück, wo ich die gekriegt habe. Weil sowas kriegt man nicht alle Tage. Ich habe hier noch Steine für dich. Boah, ich habe gleich Steine Übensteine. Ich brauche hier nicht so viel. Ah, ich habe hier 23 Steine, die tue ich hier mal vorm Eingang werfen. An meinem Haus, oder was? Nee, äh, wo du aus der Höhle kommst. Ah, okay. So. Ah, da. Danke. Weil jetzt habe ich genügend Steine. Ich muss demnächst mal mein Inventar wieder aufräumen. Ist wieder voll. Außer zwei Plätze sind frei. Demnächst muss ich den großen Baum hier abholzen. Den Tropic-Born lassen wir da stehen, oder? Ja, von mir. Ja, den lassen wir da stehen, ne? Das erinnert uns an unsere... An unserem ersten Part. Oh, nee, das war der dritte Part, wo ich dabei war, oder? Ja, ab dem dritten Part warst du dabei. Also, so gesehen, an unserem ersten Part mit dir in diesem Let's Play. Ja, jetzt versuche ich hier grad Stein mit der Holzachs... Ach, mit der Eisenachs abzuhacken. Und, klappst du gut? Nee, das hat voll lange gedauert. Nein, falsch. So. Hier war auch Stein. Ah, ich hab ja noch... Ich hab ja noch Fackeln. Ich wollte grad sagen, wo sind meine Fackeln? Mach ich hier... 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 Und... Hier! Boah, ich hab letztens wieder aus Langeweile Batman geguckt. Und? Es... Es war so langweilig. Nichts. Aber ich hab ja alle durchgeguckt. Muss ja, ne? Muss. Muss. Wenn eins, dann alles. Ich weiß nicht, was ich auf dem Dachboden machen kann. Die Brücke ist fertig. Vielleicht demnächst noch solche... Herr Hang obendrüber, so wenn... So die Brücke aufgehangen wird. Also getragen wird. Also, Mann, ich hab kein Bock drauf. Ja, mach ich schon irgendwann, ne? Jo, ich geh kurz meine letzten Diamanthelm in Schaden. Und dann habe ich eine ganze Diamant-Rüstung. Ich hab noch gar keine Diamant-Rüstung. Ich hab nur Eisen und das behalte ich jetzt noch zur Zeit. Ja, ich... Ich werde auch nie wieder Diamant-Rüstung machen. Weil es war einfach so ein Diamant-Verbrauch. Und die Eisen-Rüstung hätte... Die Eisen-Rüstung halt ja genauso viel. Ja, die Diamant-Rüstung, wenn man... Das hält ja auch länger als Eisen, aber du hast ja nicht. Ja, aber Eisen ist schneller zu finden, weil es ist Diamant. Ja, ist mir schon klar. Das war hier mit dem Holz, oder? Ja, ich geb schon. Machen wir hier das mit Holz. So, dann ist alles wieder... Du kannst ja gleich mal meinen Dachboden gucken. Ich hab jetzt zwar noch nichts eingerichtet, aber... Ich hab jetzt somit... Äh... Nur... Drumherum jetzt... Außen die Wände so gemacht, ne? Ja, aber ich komme mir jetzt mal auch dazu. Ich wollte mal nur kurz mal was essen. Aber am Ende musste ich mal springen, weil ich hab da noch keinen... Keine Treppen gemacht. Okay, ich mach den jetzt hin. Ich hab ja noch... 46... diesen... äh... äh... steinstufenplatten... hab ich auch noch ganz viel. Ich glaub, ein Stack voll, warte ich die Gunde. Ja, ein Stack voll. Ja, ist doch gut. Aber von diesen steinstufen habe ich noch ein einziges im Eventar. Ich hab einen Bogen von einem Skelett bekommen. Guck, ich hab jetzt hier... so gemacht. Und an den Seiten mit Treppen so abgerundet ist. Was machst du? Oh. Ja. Gn! Ja. Gn! 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 Wir sind bis jetzt noch... Gn! Die, die, die! Gn! Gn! Dinn! Gn! 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 Es sind wieder ungefähr 18 Minuten jetzt rum. Dann würde ich mal wieder sagen, ein kleine Cut für diesen Part. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ciao.